Hallo, lieber Ernst. 3850 Meter oder 8530 Meter hoch sind wir gerade. Mitte in St. Moritz. Also muss ich sagen, das ist echt grandios da oben. Ich brauche jetzt Power ohne Ende. Energie ist das Wichtigste, weil bis Sonntag habe ich mein Buch fertig geschrieben. Und das freut mich und das ist mein Ziel und das kriege ich noch. Ich habe jetzt immer alles geschafft im Leben, was ich habe. Und danke für die Inspiration, Ernst. Und ich kann jedem auch empfehlen, macht das Buch Seminar beim Ernst. Das ist ein strukturiertes Seminar. Du weißt dann auch genau, du hast das Werk fertig. Und es gibt kein Rumpgelaber, Rumpgemache, sondern das Ding ist fertig. Also jeder, der ein Buch schreiben will, entweder er schreibt selber und schreibt fünf Jahre drüber oder er schreibt beim Ernst und dann ist es dann simpel Tag fertig. Danke dir, Ernst.